Moin Leute und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des NBW Tech-Geflüsters. Wenn ihr uns schon mal verfolgt habt, wisst ihr, wir behandeln immer alle Themen des Tech, beziehungsweise alles, was irgendwo mit Technologie, mit Hardware, aber eben auch mit Konsolen zu tun hat. Und gerade bei Letzterem hat uns letzte Woche eine Nachricht erreicht, die ein bisschen überraschend war. Denn Sony hat verlauten lassen über den eigenen CEO, dass jetzt immer mehr Exklusivtitel von Playstation, oder Playstation 4 und Playstation 5 eben, auch auf dem PC kommen. Was an sich ja eine richtig coole Sache ist als PCler, denn man hat schon die letzten Jahre immer so ein bisschen neidisch rüber geschielt auf solche Perlen wie God of War oder Uncharted oder eben auch The Last of Us. Oder eben auch Horizon, was dann letztes Jahr eben überraschend auch für einen PC erschienen ist. Und da stellt man sich doch jetzt die Frage, als jemand, der eine Plattform besitzt, die jahrzehntelang schon immer totgesagt wurde von diversen Analysten, braucht man überhaupt noch eine Konsole? Also wenn alles auch für einen PC kommt, ja, eigentlich nicht. Und da haben wir jetzt hier drei doch mit meiner eingeschlossen sehr starke Meinungen versammelt, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Einmal mich als jemand, der sich keine Konsole mehr kaufen würde, wenn alles eben auch für PC kommen würde. Dann haben wir den Hardcore-Consolero Daniel am Start und unseren reinen PCler und Hardware-Meister Hannes. Der Begriff Hardware-Meister. Der Hardware-Meister, doch. Come on, hast du dir bei dir. Ist das ein in Deutschland anerkannte Meister-Titel? Master of Hardware. Der M-O-H. Der Mo. Auf jeden Fall. Ja, Mo wird wieder passen. Der Mo, ja. Naja, also zum einen ist es natürlich eine richtig nette Sache, dass jetzt eben viele PlayStation-exklusive Titel, gerade auch Triple-A-Titel für PC kommen, aber Sony macht das natürlich nicht ganz aus freien Stücken oder weil sie jetzt so super großzügig sind und sich sagen, yo, die PCler tun uns so leid, dass sie diese Perlen bis dato nicht spielen konnten, sondern die wollen vor allem, große Überraschung, ja, Kohle machen. Ja, Geld. Und ja, der Hintergrund war ja, glaube ich, dass die Spiele einfach so teuer in der Entwicklung sind, dass Sony es halt nicht mehr kompensieren kann oder nicht mehr nur noch durch die Konsolen-Titel oder durch die Verkäufe auf Konsolen amortisieren kann oder wieder reinholen kann diese Kosten. Das war ja, glaube ich, so mit einer der Hauptgründe, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das ist einer der Hauptgründe, aber eben auch, dass sie die Spielerschaft ein bisschen erweitern möchten, gerade von Titeln, die sich jetzt nicht so gut verkauft haben. Wie jetzt Horizon, war ein richtig teures Spiel, war auch ein richtig tolles Spiel, wohlgemerkt. Als Kritiker-Liebling. Hm? Als Kritiker-Liebling. Als Kritiker-Liebling. Hast du recht, auf jeden Fall. Aber es haben nicht so viele Leute gespielt und die Marke hat sich auch noch nicht so etabliert, wie jetzt zum Beispiel Uncharted oder God of War, was jetzt über mehrere Generationen zum Beispiel lief. Und Horizon 2 kommt, wahrscheinlich dieses oder wohl eher auch nächstes Jahr heraus. Und da möchte man natürlich ein bisschen die Werbetrommel rühren und möchte die Spielerschaft so ein bisschen erweitern, aber eben auch die PC-Spieler vielleicht auf den Geschmack bringen, sich zu einem späteren Zeitpunkt eine PlayStation 5 zu holen, weil sie eben nicht mehr darauf warten können. Also es ist im Endeffekt eine Win-Win-Situation von Sony. Sie erhöhen quasi die Einnahmen mit einem einzelnen Spiel mit minimalem Aufwand großteils. Klar, es muss ein bisschen optimiert werden, aber so wie Horizon lief auf dem PC, haben sie da wohl nicht so viel Arbeit reingesteckt. Und jetzt kommt Days Gone, auch ein Spiel, was sich wohl nicht ganz so toll verkauft hat, wie jetzt zum Beispiel God of War oder andere Top-Titel und auch von den Kritikern nicht ganz so gefeiert wurde. Aber solche Titel kommen jetzt erst mal als PC-Spiele heraus. Das ist die große Frage. Kommt dann auch zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch. Wir haben mal so eine richtige Perle wie The Last of Us. Die Frage ist jetzt, stellen die jetzt für immer ihre Strategie um oder ist das jetzt nur kurzfristig, weil du kommst, oder man kommt ja zurzeit sehr schwer an die PS5. Jetzt angenommen, die bringen ein Spiel raus für die PS5, Triple-A-Titel, schweineteuer, dann können es gar nicht so viele Leute kaufen, weil so viele PS5s gar nicht auf dem Markt sind. Und das will man eben, glaube ich, mit dem PC ein bisschen auffangen. Jetzt ist die Frage eben, wenn jeder eine PS5 hat, der eine will, ob die dann die PC-Strategie wieder ein bisschen zurückfahren oder ob sie es weiter durchziehen. Das ist eine Frage, ist es eher jetzt nur zur Zeit, weil du kommst schon an eine PS5, oder ist es jetzt für immer? Also laut Jim Ryan, dem CEO von PlayStation, also der Marke, wird es wohl auf absehbare Zeit eine Strategie sein, jetzt auch die meisten Exklusiv-Titel nach einer gewissen Zeit dann auch für ein PC zu bringen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das dann wieder einstellen. Da hast du absolut recht. Denn der Hardware-Markt ist derzeit so räudig, nicht nur für Konsolen, sondern auch für PC-Hardware, wie wir es ja auch in den letzten Folgen beleuchtet haben. Aber sobald die sich besser verkaufen, kann ich mir durchaus vorstellen, so in zwei, drei Jahren, dass sie diese Strategie wieder sein lassen. Naja, aber meint ihr, die investieren jetzt Zeit, Geld und alles Mögliche darin, das anzukurbeln, um es danach wegzuwerfen? Klingt nach Sony, klingt eins zu eins nach Sony. Ja, es klingt auch nach Google, aber es ist, weiß ich nicht. Also Sony versucht ja zumindest, oft zumindest einen langen Atem zu halten. Also ich kann, ich bin bei der PlayStation so ein bisschen raus, aber ich merke es halt nur, die bauen immer noch Smartphones, die keiner kauft. Also ich meine, irgendwie so ein bisschen Durchhaltevermögen hat Sony ja doch. Und vor allem haben die ja so viele unterschiedliche, riesige Abteilungen, die alle wiederum was anderes machen. Also die Smartphone-Sparte und auch die PlayStation-Sparte. Kann man eigentlich nicht so richtig vergleichen. Aber normalerweise ist Sony schon ziemlich lang am Unterstützen von Diensten mit dabei. Also ich könnte mich jetzt an nicht viel erinnern, was Sony einfach mal so hat fallen lassen, a la Google. PS Vita. Ja, aber selbst die, also hatte ja einige Jahre dann noch Unterstützung für Spiele. Und selbst auf der PS4 konnte man die PS Vita dann noch nutzen, um Remote-Play zu machen in der Wohnung oder im selben Wi-Fi. Ja, also die hat in Japan tatsächlich auch länger noch überlebt. Also da kamen auch noch recht lange Spiele raus, aber es war immer Japan-exklusiv. War auch ein echt cooler Handheld. Also hatte ich ein paar Mal so in den Händen gehalten, aber natürlich selber nicht jetzt unbedingt gekauft. Bin dann doch lieber der, der auf der Couch zockt und ein bisschen chillt beim Spielen. Trotzdem, ganz ehrlich, ich würde mir, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, keine Konsole mehr holen. Also wenn jetzt wirklich alle geilen Spiele, auf die ich richtig Bock habe, für Playstation, zum Beispiel das neue God of War oder eben auch ein neues The Last of Us oder ein neues Uncharted oder andere richtig gute Open-World-Games eben auch dann für den PC kommen, nee, würde ich mir dann einfach nicht mehr geben. Dann würde ich lieber vielleicht ein, zwei Jahre länger warten und mir die dann mit besserer Grafik auf den PC reinziehen und mit höheren Bildraten. Dazu schließt man dann einfach einen PC an den Fernseher an und hat im Endeffekt dasselbe Erlebnis. Das kannst du, das finde ich, sehr, sehr gut nachempfinden mit Red Dead Redemption 2, was ja knapp ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang dann Konsolen-exklusiv war und danach für PC in hübsch rauskam und dann gab es nochmal eben eine zweite Welle an Oh mein Gott, ist das Spiel toll, weil es halt dann die PC-Spiele wirklich hatten. Ja, tatsächlich Wobei das ja auch gedauert hatte, oder das war ja auch ein sehr, sehr schlechter Port rein technisch gesehen. Es lief nicht so gut am Anfang, das stimmt. Aber mittlerweile auf der derzeitigen Hardware läuft es schon deutlich besser. Also erstaunlicherweise lief das auf Pascal, also auf der 10 80 und 1070 und so weiter noch ziemlich gut im Vergleich zu den Nachfolgemodellen. Es war halt noch auf ältere Hardware teilweise gut optimiert, auf die RTX 2000er-Reihe wohl nicht so gut und auch auf die AMD-Karten glaube ich nicht so gut, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und auf Vega lief das auch, glaube ich, erstaunlich gut. Ja, aber es war generell einfach nicht wirklich gut optimiert. Es war kein guter Port am Anfang. Ja. Das stimmt, ja. Aber das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, halt jetzt für so ein klassisches, erst kommt es für die Konsole und nach ein, zwei Jahren kommt es dann für PC und es ist ein AAA-Titel, es ist ein wichtiger Titel gewesen. Daran kann man das gar nicht, glaube ich, alles gut festnageln. Ja, ich weiß nicht, ob Red Dead Redemption das beste Beispiel ist, weil diese Strategie hat Rockstar ja immer gefahren. Das haben sie schon bei GTA, Vice City war das schon so, bei GTA 3, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne. Bei jedem GTA. Bei jedem GTA haben sie erst mal die Konsolenkäufer abgegriffen und dann haben sie den von Raubkopierern so zerfressenen PC-Markt angegangen. Also, ja. Aber so im Fall von Horizon war es schon ein echtes Novum, dass Sony jetzt sagt, okay, einen Exklusivtitel bringen wir jetzt für den PC. Also, das gab es bis dato eigentlich nicht so richtig. Also, klar, Heavy Rain kam auch dann mal für den PC, das stimmt. Aber das, glaube ich, auch, weil die Lizenzen ausgelaufen sind. Die hatten nur eine Zeit-Exklusivität Sony. Genau, genau. Und dann hat es, oh Gott, wie heißt nochmal der von, ach, die Plattform, die Heavy Rain und die ganzen anderen Spiele jetzt inzwischen verkauft, der böse Launcher. Epic? Epic, genau. Das sind die Lizenzen ausgelaufen und dann hat quasi Epic genügend Geld reingebuttert, um den Studio, den Port zu ermöglichen. Sony hätte das an sich nie zugelassen. Das war wirklich, weil die Lizenzen ausgelaufen sind. Also, so aus einer Konsumentenperspektive ist es natürlich schon mal richtig cool, dass Spiele dann eben auf mehr Plattformen kommen. Mhm. Oder? Also, würde ich jetzt einfach mal, das würden wir alle unterschreiben. Dernchen noch mehr Crossplay auch. Da ist Sony auch bisher noch ziemlich, äh, also, ein Titel für mehrere Plattformen. Ja, okay, da können wir uns noch ein bisschen anfreunden, aber dass die untereinander spielen, das ist böse und schlimm. Hat Days Gone einen Multiplayer-Modus, Daniel? Äh, nicht, dass ich wüsste gerade. Die haben Horde-Modus, aber keinen so Genau, aber der war Singleplayer. Moment. Days Gone Multiplayer. Vorteil, dass wir vor einem Laptop oder vor anderen Geräten hoffen. Äh, nee, die arbeiten halt an einem Multiplayer-Modus, der ist aber scheinbar bisher noch nicht draußen. Interessant, okay, ähm, wäre dann natürlich interessant zu sehen, ob das dann Cross-Play ist. Kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ähm, das liegt ja immer an Sony, dass das nicht klappt. Also, technisch ist es oft machbar und Sony blockiert. Ich weiß, ja. Aber, es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung für Sony und für Playstation und auch für Gamer im Allgemeinen. Also, wir profitieren jetzt davon, für Sony ist es auch eine Win-Win-Situation, weil sie mehr Kohle mit ihren Spielen machen. Aber, würdest du dir wirklich, wenn du jetzt einen Gaming-PC zu Hause hättest, Daniel, und du bist eigentlich ein Consolero, aber du hast jetzt einen Gaming-PC, vielleicht hat die NBB eingestellt, wer weiß, und du hast ihn jetzt zu Hause stehen, würdest du dir dann wirklich noch die Spiele auf der Konsole holen? Ja. Ich weiß nicht, die Konsole hat halt einfach was von einer Einfachheit. Das läuft immer, das funktioniert immer, das ist genauso, wie sie sich die Entwickler gedacht haben. es hat eher was mit Einfachheit zu tun und dass alle auch dieselben Geräte nutzen. Und das Netzwerk, also grundsätzlich, wenn du eine Konsole hast, hast du ein Betriebssystem und das ist ja teilweise sehr gut, also das Xbox-Betriebssystem ist cool, das hat viele Funktionen, es ist alles miteinander vernetzt und verknüpft und ich finde es eigentlich auch toll. Naja, aber ich meine, dann hast du so Sachen wie, ich hab's gestern nur mitbekommen via Twitter, dass halt dann der Xbox Live Service offline war einfach und du konntest dich noch nicht mehr einloggen und dann saßen die Leute quasi vor einem schwarzen Klotz, mit dem sie nichts mehr anfangen konnten, weil die Spiele nicht starten, weil sie kein Internet haben. Das ist richtig. Wo ich mir halt denke, und? Also auf dem PC, das ist mir halt relativ egal. Das ist richtig, aber du hast ein ähnliches, nicht gleiches, aber ein ähnliches Problem, wenn Steam down ist oder sowas. Ja, aber Steam hat ja einen Offline-Modus, also einen ganz normalen Offline-Modus. Das ist halt, ich meine, bei der Xbox wohl auch, aber er scheint halt einfach nicht wirklich gut zu funktionieren. Dann sitzt du wieder halt, also der Punkt, wo du sagst, eine Konsole funktioniert einfach, der ist halt auch schon nicht mehr so, weil die Systeme mittlerweile auch so hochkomplex sind. Du hast ja im Prinzip auch nur noch, also nur noch in Anführungszeichen Windows 10 auf einer Xbox Series X, das halt hardcore angepasst wurde. Also kannst du genauso viele Probleme haben, wie auf einem Windows 10 System, jetzt als Beispiel. Ich meine, früher die Zeiten PS2 oder Xbox One, nee, Xbox 360 oder wie auch immer. Ja, oder auch erste Xbox. Du wirfst deine Blu-Ray oder deine DVD oder irgendwas ein und spielst, das ist ja auch schon lange, lange vorbei in der Konsole. Also du hast ja genauso das Problem. Du brauchst Updates, du musst ja trotzdem gucken, dass alles funktioniert. Also eigentlich seit Konsolen Festplatten haben oder halt Speichermedien integriert, ist das eigentlich vorbei. Also mit der Generation der Xbox 360 und der Playstation 3 hörte das dann so ein bisschen auf und das ist interessanterweise auch die Konsolengeneration, die dann mehr so Richtung PC ging. Einfach die Funktionalität ist extrem gewachsen, sie wurden mehr zu Media-Centern, die Konsolen und du hast, ja klar, du hast Festplatten, aber du hattest auch wirklich komplexere Betriebssysteme drauf und Hardware im Falle der Playstation 3, die 1 zu 1 oder ähnlich zumindest auch im PC zu finden war. Nämlich im Falle des RSX, hieß es glaube ich damals, von Nvidia, der Grafikchip, der ungefähr in der 7800 GT damals entsprach, von Nvidia eben auch. Und richtig krass wurde dieses Anpassen von PC und Konsolen eigentlich mit der letzten Generation, nämlich Playstation 4 und Xbox One. Da hatten wir zum ersten Mal wirklich x86, das ist genau dieselbe Prozessor-Architektur, die eben auch im PC oder im Laptop sitzt, also im Windows-Laptop und Desktop. Und damit stiegen dann auch die Cross-Plattform-Titel extrem an. Früher hattest du viel mehr Exklusiv-Titel eigentlich, die wirklich nur Zeit ihres Lebens quasi für eine Konsole rauskamen und nie auf dem PC. Und seitdem hat sich das extrem geändert und mittlerweile, also es ist eine richtig schöne Sache, dass Konsolen und PCs mittlerweile sich so ähnlich sind und mit der neuen Generation ist diese Ähnlichkeit sogar noch größer geworden, weil wir zum allerersten Mal halt wirklich aktuelle Desktop-Hardware auch in den Konsolen haben, die jetzt auch so zu kaufen ist fast schon. Im Grunde kannst du sagen, aktuelle Konsolen sind fertig-PCs, da steckt meistens PC-Hardware drin oder eigentlich jetzt eigentlich fast komplett und angepasste Betriebssysteme bei der Xbox ist es ein angepasstes Windows, bei Sony ist es ein angepasstes Linux und im Grunde ist es halt wirklich ein kleiner Fertig-PC halt für einen relativ günstigen Preis für die verbaute Hardware. die sogar mit Verlust verkaufen, also mit deutlichem Verlust mittlerweile. Ja, anfangs, aber die holen sich das Geld immer über die Spiele oder Dienste rein. Da war die Hardware nie als Geldmaschine gedacht. Naja, ich glaube, Xbox Gold gibt es ja nicht mehr, das ist ja in dem Game Pass glaube ich aufgegangen. Gibt es immer noch separat. Gibt es immer noch? Das wurde jetzt geändert, das ist in dem, ah ne Quatsch, das ist nur integriert worden, wenn du den Game Pass hast oder irgendwie so, ne? Genau, also du hast mehrere Pakete und das eine ist dann auch in dem anderen drin. Genau, aber das ist halt so ein Ding, also das ist so ein Punkt, den ich auch noch nie verstanden hab, ist du kaufst dir eine Konsole, du kaufst dir ein Spiel für 70 Euro oder was, einen Vollpreistitel und dann musst du ein Abo bezahlen, wenn du es online spielen willst. Ja, das ist frech. Das hab ich nie verstanden, warum man das macht, also warum, was ist der Grund dafür? Also klar, wird natürlich gesagt werden, ja die Entwicklungskosten und die Serverkosten und das Hosting, bla 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 bla, aber das hab ich doch bei allen anderen Multiplayerspielen auch, also wo ich es nicht bezahlen muss am PC. Das ist richtig, wobei das da von Spiel zu Spiel geht und bei den Konsolen ist es dann quasi spieleübergreifend, also ich kann ja jemanden antexten, anpingen, der ein ganz anderes Spiel spielt, während es am PC nur von Spiel zu Spiel geht. Ja, aber ich mein, das kann ich halt alles am PC auch ohne Abo gebühren. Stimmt, aber Steam holt sich das halt einfach über den Store wieder, die haben halt einfach Geld. Naja, aber Xbox und Playstation doch genauso, die haben doch auch einen internen Store, die holen sich darüber auch ihr Geld zurück, du zahlst ein Abo zusätzlich, du kaufst die Hardware von der gleichen Firma, du kaufst im Prinzip alles von denen, kaufst die eigens entwickelten Spiele und musst dann nochmal drauf zahlen, weil du mit deinen Freunden chatten willst. Also. Ich kann es nicht komplett erklären, das ist, aber halt. es ist halt im Prinzip, die haben halt Discord integriert, bevor es Discord gab, also von der Funktionsumfang her mehr oder weniger und wollen dafür Geld, was halt eigentlich die meisten kostenlos anbieten. Also, weiß ich nicht. Also das ist, das habe ich von Anfang an bei Konsolen nicht verstanden, warum ich dafür nochmal extra zahlen soll. Wobei du positiv dazusagen musst, du kriegst bei Xbox und bei Playstation im Monat so um die drei bis vier Spiele gratis dazu. Das sind manchmal so mehr Spiele, manchmal sind es ganz coole Titel, also das sind dann irgendwelche. Aber die kannst du auch nur so lange spielen bei Playstation, solange du das Abo hast. Also sobald du das kündigst, sind deine ganzen Playstation-Plus-Spiele weg. Und die Frage ist halt auch, wie viel kann man wirklich spielen? Ich meine, drei Monate, äh, drei Spiele im Monat, das ist fast so viel wie ich in den letzten sechs Jahren gekauft habe. Also das ist halt irgendwie, ich bin da kein Benchmark, definitiv nicht, andere geben da viel, viel mehr Geld aus, aber es ist so, ich weiß, ich weiß. Keine Ahnung. Dann hast du da deine Liste mit 4000 Spielen und weißt trotzdem nicht, was du spielen sollst am Ende. Also für ein Nutzungsszenario kann ich Konsolen noch verstehen. Nämlich wenn du wirklich kompetitiv irgendwie FIFA oder sowas zocken willst und alle brauchen dieselbe Hardware. Das würde am PC irgendwie nicht gehen. Also wenn alle ein anderes Gamepad hätten und alle irgendwie andere Latenzen oder was weiß ich. Ja, aber ich meine, bei Counter-Strike funktioniert es auch seit Jahrzehnten. Ja. Nur mal zum Beispiel. Da haben auch alle ihre eigenen Systeme, ihre eigenen Eingabegeräte, ihre eigenen Hetzel. Also bei Turnieren glaube ich nicht. Bei Turnieren haben die von der Veranstaltungsger gestellte Hardware, die identisch ist. Außer Maustastatur glaube ich nicht. Der Rest ist, meine ich, identisch, aber da hast du es ja trotzdem. Also es geht ja. Es ist ja nicht das Problem. Aber CSGO zum Beispiel hat immer noch so einen Hardcore-Approach, finde ich. Also für viele Leute. Also wenn du jetzt irgendwie zehn bist oder elf, zockst du mit deinen Freunden FIFA, auch wenn ich das Spiel nicht gut finde, oder lieber Pro Evo und kannst es bei allen deinen Freunden ungefähr gleich spielen. Die einzige Latenz, die unterschiedlich ist, ist es halt zum Fernseher. Und du hast trotzdem immer dieselbe Hardware. Und wenn du es dann irgendwie kompetitiv spielen würdest, hättest du trotzdem dasselbe Nutzungsszenario, dieselben Komponenten im Großen und Ganzen. Selbst als Zehnjähriger, als Elfjähriger. Es richtet sich halt auch viel an Kinder. Und bei CSGO hast du halt irgendwie finde ich eine krassere auch Kiddies, aber du hast ein krasseres Enthusiastentum irgendwie. Du musst halt mehr investieren, um wirklich auf dem Level zu spielen, wie Profis in Anführungszeichen dieses Spiel spielen. Aber musst du das? Außer bei FIFA, bei Ultimate Team, da musst du dich halt dumm und dämlich kaufen. Ja, da musst du dir halt alles erkaufen. Nee, aber musst du das wirklich, weil ich meine, also gerade die ganzen E-Sports Titel, diese ganzen Hardcore kompetitiven Titel am PC. Die laufen auch auf einer Kartoffel, ich weiß. Eben, genau, die haben Systemanforderungen, die kann im Prinzip jeder erfüllen. Also das ist halt das. Siehe jetzt die letzten Tests, die wir hatten, Intel Tiger Lake, einfach integrierte Grafikeinheit, 60 FPS Full HD mit hohen Settings, fertig. Also du brauchst dann nicht mal irgendwie Hardcore Hardware oder irgendwas. Was hatte ich jetzt gesehen? Die meist genutzte Grafikkarte auf Steam ist immer noch eine GTX 1060. Damit kann man das zocken, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, und deswegen, also du brauchst ja nicht mal jetzt irgendwie einen krassen Einstieg, gerade für E-Sports, wenn du irgendwie kompetitiv spielen willst. Aber können sich 10, 11-Jährige wirklich schon die ganzen Komponenten für einen eigenen PC leisten oder kriegen die auch schon einen Laptop gestellt? Vielleicht mittlerweile durch die Pandemie vermehrt, weil Homeoffice vielleicht noch für Kinder... Ich glaube eher Laptop, aber halt dann durch die Eltern im Sinne von, okay, ich kaufe dir jetzt einen Laptop. Ich glaube nicht, dass die Eltern sich hinhocken und ein PC zusammenbauen fürs Kind. Die kaufen eher was Fertiges. Naja, du kannst auch einen Fertig-PC kaufen. Das ist ja richtig. Am besten vom Medion. Das sind Qualitätsmarken. Nein. Nein, also, ich weiß nicht, ich kenne sie so aus dem Bekanntenkreis oder auch Familienkreis. Da sind halt dann PCs oder Notebooks gewesen für Minecraft als Beispiel. Die haben auch keine Konsolen. Also, ob du jetzt das Geld in eine Konsole oder in einen PC steckst, ist ja im ersten Moment egal. Also, ob du jetzt 400 Euro, 500 Euro eine Playstation kaufst, eine Xbox kaufst oder einen PC kaufst, du wirst halt, klar, auf der Konsole kriegst du ein bisschen bessere Grafik dann für dieses Budget. Aber die Spiele, die die meisten Kinder in dem Alter spielen dann auch, sind halt Sachen wie Minecraft oder keine Ahnung, wer heißt hier, Hearthstone, nee, wie heißt das, dieses Dota, der Dota-Update von Blizzard, den auch mal so viele spielen. Heroes of the Storm. Ist das nicht Hearthstone? Ja, genau, Heroes of the Storm, oder das andere von Blizzard. Ich vergesse mal die Namen. Auf jeden Fall diese typischen League of Legends? Nee, keine Ahnung. Nee, ach, ist egal. Auf jeden Fall diese ganzen E-Sports-Titel. Die funktionieren damit halt mit einem 500-Euro-PC genauso wie auf einer Konsole. Also von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so entscheidend ist. Haben Kinder wirklich Bock, sich mit dem ganzen Drumherum von einem PC oder einem Laptop zu beschäftigen? Ist halt dann auch wiederum die Frage. Ist es denn viel mehr? Also ich spreche jetzt nur für mich, in meiner Kindheit, alle hatten eine Konsole. Also die meisten Kinder haben halt eher eine Konsole oder irgendwas von Nintendo oder irgendwie eine Playstation zu Hause, was auch immer, oder eine Xbox. Und dementsprechend willst du das dann auch eher haben. Also erst so mit, im Teenager-Alter kommen dann die meisten mit einem PC um die Ecke und zocken dann auch eher auf dem PC. So hat es bei mir zumindest auch angefangen. Genau, und wir haben uns aus den, über einem Bekannten halt sehr viele PC-Komponenten und alles immer relativ, ja, fast geschenkt bekommen. Weil als Kinder natürlich mit Taschengeld war nicht viel mit Geld. Und dann wurde halt so lang gebastelt, bis der PC das konnte, was er sollte. Also keine Ahnung, das war halt auch schon in dem Alter. Aber es ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so hart. Du kannst jetzt hingehen, du wirfst irgendeinem Laden 500 Euro an den Kopf, am besten natürlich uns, und sagst, ich will einen PC, der die gängigen Multiplayer-Spiele oder die gängigen Spiele, die halt jetzt so ein 10-, 11-, 12-Jähriger spielt, kaufen. Und du kriegst einen PC, der das kann. Und das Einzige, was du machen musst, ist, du stellst ihn hin, du richtest ihn einmal ein, in dem Null-Assistenten folgst. Viel mehr machst du bei der Konsole ja auch nicht oder viel weniger. Müsstest du dann halt an deinen Fernseher oder so anschließen, was auch wieder für viele nicht ideal ist. Ja, genau. Das ist für mich auch einer der Gründe, warum bei uns keine Konsole steht oder keine aktuelle Konsole steht, muss man dazu sagen. Das ist halt so ein, dann ist der Fernseher billig, wenn einer spielen will. Ist auch doof. Ja, kannst du ja auch an deinen Monitor anschließen. Ist ja geil. Ich habe einen 1440p-Monitor, dann muss ich ja 1080p-Upscaled nutzen. Das ist auch nicht geil. Also die Konsole ist mir einfach zu inflexibel. Das könnte man natürlich auch in Zukunft auf Streaming setzen und dann ist es im Grunde wurscht, wo oder was du machst. Dann kannst du eigentlich von überall aus auf High-End-Titel spielen. Ja, und dann willst du das Spiel, was du jetzt seit einem halben Jahr spielst, starten und dann sagt der Dienst, oh, sorry, das Spiel haben wir jetzt leider nicht mehr im Angebot. Da ist die Lizenz ausgelaufen. Klingt fair. Hast du ja auch bei Filmen und Serien leider inzwischen. Exakt, deswegen will ich es nicht auch. Deswegen habe ich meinen eigenen Film- und Serien- Stream-Server. Also es ist so. Wir sehen hier drei verschiedene Ansätze. Einmal die komfortorientierte Fraktion, dann die ja, Komfort, aber auch ein bisschen Bastelfraktion im Falle von mir und dann im Falle von Hannes, die ich will alles lieber selber machen und ich habe keinen Bock auf Konsole, weil es mir so inflexibel ist. Um es mal kurz zusammenzufassen, der PC ist nicht tot. Darauf können wir uns vielleicht einigen. Er wird vielleicht irgendwann durchs Cloud-Gaming erdolcht. Das kann durchaus sein, aber in absehbarer Zukunft wird PC-Gaming uns auf jeden Fall erhalten bleiben und es werden auch immer mehr Konsolenspieler auf den PC kommen, was ja ziemlich geil ist. Die Konsolen sind ihre eigene Nische oder es ist ja keine Nische, es sind ihre eigene Fraktion und sind für Leute, die halt keinen Bock auf den PC haben, die keinen Bock haben. Angriff des Zwerg-Terroristen. Konsolen sind ihre eigenen Nische oder beziehungsweise ihre eigene Fraktion, es ist ja eigentlich keine Nische, es ist ein Riesenmarkt, die vor allem sich eben an komfortorientierte Leute richten oder eben auch an Jüngere, die keinen Bock haben, sich einen PC zu bauen oder einfach keinen Bock auf das Gefrickel haben an den Einstellungen bei Spielen und das kann man auch nachvollziehen. Beispiel Daniel. Beide werden weiterhin nebeneinander existieren, das kann man schon mal sagen und sind ja auch immer gleicher geworden durch die ähnliche Hardware, bis sie irgendwann von Cloud Gaming beide kaputt gemacht werden, meiner Meinung nach. Aber das ist auch jetzt super tätig. Ich warte auf das große Google Stadia Comeback in drei Jahren und dann wird es alles platt machen. Ich glaube eher, dass Nvidia da... Ich glaube auch, Nvidia hat da zur Zeit den besten Cloud Gaming Service. Ah, ich weiß nicht, die xCloud finde ich persönlich immer noch ein bisschen sprechender. Ist auch gut, aber ist noch nicht so breit, also noch nicht so breit verfügbar. Ist ja noch in so einer Art Beta-Status. Sowohl Sony als auch Microsoft als auch Nvidia und vielleicht irgendwann jemand anderes noch, Amazon, AWS werden da ganz groß mit auffahren und werden irgendwann auch die normale Hardware bei uns zu Hause wohl womöglich ersetzen. Das würde ich schon sagen. Aber bis dato freuen wir uns auf ganz viele nicht mehr exklusive Titel auf allen Plattformen. Yay. Yay. Vor allem als PCler, aber auch für Sony-Fans. Hat da irgendjemand das Mikrofon noch an? Weil ich höre mich gerade doppelt. Ja, ich höre auch gerade ein Echo. Niemand? Eins ist gemutet. Hm. Mysteriös. Äh. Ja. Egal. Ja. Haben wir denn jetzt eigentlich ein richtiges Fazit? Irgendwie. Ja. Ja, oder weniger. Ja, so ungefähr. Ich würde einfach Schluss machen. Hä? Clemens. Ja, ich mag es einfach so Schluss machen. Ja, nicht so. Könntest du wenigstens noch zum Essen einladen. Immerhin via Telefon, Leute. Ich wollte gerade sagen, nicht mal persönlich, Clemens. Naja, via Telefon. Ist doch nett. So, jetzt hat Sascha auch uns irgendwas geschrieben. Warum kriege ich denn Benachrichtigungen? Weil egal. Sascha wichtig ist. Es müssen auch immer alle schreiben, wenn man gerade irgendwas aufnimmt. Dann kommen auf allen Apps Pop-Ups. Genau. Hä, was machst du denn gerade? Mir ist langweilig. Wir brauchen immer noch einen Schluss. Eine Abmut, ja. Ja, das war es von unserer Seite zu dieser ganzen Thematik Konsolen, PCs. Wird einer von beiden sterben? Wird beides nebeneinander friedlich koexistieren? Wenn ihr dazu auch eine starke Meinung habt, schreibt sie doch mal in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like oder ein Dislike für unser Video da. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldungen, über jegliches Feedback. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem hoffentlich ebenso spannenden Thema. Ciao. Ciao. Ciao.